so die absolute möglichkeit meldet sich zurück mit einer neuen review heute von meiner ersten zahnbürste als erstes muss ich sagen dass eine reise zahnbürste was mir direkt aufgefallen ist trotz der erweiterten funktion dieser zahnbürste nämlich dass man die hier einpacken und steril verschließen kann um damit zu reisen wie der name schon sagt befindet die sich wirklich im untersten bereich des preissegments mit 95 cent billiger als die meisten anderen zahnbürsten was schon mal unglaublich ist der funktions mechanismus funktioniert sehr gut wenn man die dann zum zähneputzen benutzen will kann man hier die zu klappen und hat eine funktionstüchtige zahnbürste mittlere härte ich trage jetzt mal die zahnpasta auf immer feucht machen vom zähneputzen und macht den putztest ja schon relativ hart gibt meinen zähnen direkt ein säuberndes gefühl also träumt irgendwie nicht so ganz auf wie ich das sonst kenne ich würde eigentlich lieber weich aber es funktioniert also aufgrund der multifunktionsfähigkeit der zahnbürste und des damit trotzdem verbundenen sehr niedrigen preises muss ich sagen auch wenn das putzgefühl jetzt nicht auf anhieb das allerangenehmste ist kann man dieser zahnbürste nur mindestens eine 7,5 von 10 geben ist das eigentlich eine sehr mühste hier das stimmt also die zahre und nicht das ist was nicht das%. wenn der zahnbürste ist das zahnbürste und ich habe das natürlich sehr quería